Pena, Pena del Gordo, que me compre con la pena, pena, y en mi cielo no hay pena, 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 hay pena. Oh, heute gibt es Kali Gambas, heute gibt es Langustinos. Langustinos für Gushö. Ja. Hola. Hola, Maria. Dein Patron hat die Loge für Pilar Besorg. Eine hübsche Loge. Genau das wäre auch was für mich. Du willst eine Loge? Frag mich für Jean-Louis. Encarnacion hat ihre alten Concierge tausend Franken gegeben, um ihre Loge zu kriegen. Wir? Frankos? Sie war mit Dusche. Ah, im Aus, das mir mein Mann in Spanien baut, bekomme ich gleich mehrere Badewannen. Du redest schon nicht. So lange davon. Da frage ich mich, ob dein Haus überhaupt existiert. Nein, 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 jetzt hör mal auf, hm? Hier, das ist ja wohl ein Beweis, hm? Ist das kein Beweis? Sehen Sie, Monsieur Jean-Louis, das ist Fernando, mein Mann. Er baut mir bald ein Bad aus Marmor und mit goldenen Wasserränen. Hier, das habe ich aus einer Seilschrift. Ich trau den Badewannen nicht. Ganz gefährlich sind die. Ah ja? Warum denn? Josefina, einmal war sie in Badewanne von ihren Patrones. Und schwupps, da war sie schwanger. Also meiner Meinung nach hat Josefina mehr gemacht als nur gewabelt. Wenn ich zurückgehe in Spanien, werde ich mich alle anschauen mit Neid in den Augen, weil ich habe dann mein Haus. Und dann, dann sind wir die Patrones. Ja. A ver, ja? Ja.